In der Hoffnung, dass da, wo Resonanzeffekte auftreten, wo jemand offen ist, wo jemand schon ähnlich denkt, sein Denken unwillig oder unwissentlich einfach bestärkt wird. Das heißt, wir reden hier nicht nur für uns drei oder wenn der Dieter dabei ist, für vier oder fünf, sondern wir reden eigentlich in dieses Feld hinein. Wir aktivieren gewisse Informationen und diese Informationen wirken, bei Sheldrake heißt es, er hat ja den Begriff der Rückkopplung eingeführt und hat gesagt, wenn also irgend so eine neue Idee irgendwo auftritt und sie wird mehrere Male verwirklicht, dann wirkt das im Sinne einer Rückkopplung zur Verstärkung dieser Idee und die Verwirklichung wird immer leichter. Das ist ja die Idee von Sheldrake und das finde ich ganz prima. Das ist jedenfalls eine Betrachtungsweise, die ich für vernünftig halte. Man kann das so darstellen, aber im Grunde genommen, die Frage, was ist mir, also ich bin jetzt natürlich über ein Medium verbunden, das gehört nicht hierher, weil das in dem Sinne ja keine technischen Dinge sind, nur Anklänge und Identitäten. Wir sind mit einer Instanz da im Gange, auch mit meiner Frau und so weiter und wir führen Dialoge, die laufen eine Stunde oder eineinhalb Stunden laufen die, die Frau spricht in halb Tranks, ja, und hat große Mühe manchmal die Visionen, die sie hat, dann Sprache umzusetzen. Aber wir sind mit denen, ich bin von daher jetzt so geimpft, könnte man sagen, dass ich das Ganze, was wir hier erleben, einschließlich meines eigenen Lebens, für außerordentlich vordergründig halte. Und das Einzige, es gibt zwei Argumente, die mich stützen oder die mich tragen. Das Einzige ist die Begegnung, das eine ist die Begegnung mit Menschen, insbesondere mit Frauen oder mit Mädchen, im Laufe meines Lebens, ja, mehr oder weniger intensiv oder intim oder nicht intim. Und das andere ist der Begriff der Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es in irgendeiner Weise weitergeht, auch wenn wir jetzt nicht imstande sind, das zu greifen. Also es gibt ja doch in der Philosophie, vorhin habe ich über die Philosophie geschimpft natürlich, das hängt damit zusammen, dass ich als Junge, so auch als Schüler noch als Oberschüler, mal ein Buch über Philosophie mir gekauft habe, sogar antiquarisch, weil ich nicht viel Geld hatte. Und dann habe ich die ersten 20 Seiten gelesen und dann habe ich es weggelegt und nie wieder angeschaut. Und es gibt eine Reihe von bösartigen Kritikern an der Philosophie, weil es im Grunde genommen mit wenigen Ausnahmen geschwätzt ist. Nicht geschwätzt ist der Kantische Imperativ, ja, den man im Volksmund so nennt, fügt du nicht, dass dem anderen zu was dir nicht zugefügt werden sollte oder du möchtest es nicht, dass es dir zugefügt wird. Das reicht ja eigentlich. Wir brauchen keine zehn Gebote. Wir brauchen dieses einige Gebot, ich sage ganz pragmatisch, das hat mit Spiritualismus zunächst überhaupt nichts zu tun. Wir können in einer Gemeinschaft nicht leben, wenn diese Gemeinschaft nicht in irgendeiner Weise einen Konsens hat und harmonisch, einigermaßen harmonisch zusammenarbeitet. Das ist unmöglich. Der Einzelne von uns ist nicht lebensfähig. Das geht nicht. Und ich sehe das Leben, das ist jetzt immer noch die Antwort auf diese Frage, auf deine Frage, ich sehe das Leben im Grunde genommen, na, wenn ich es kurz formulieren soll, würde ich sagen, Leben und Kommunikation ist das Gleiche. Ich kann das auch etwas absprechen und könnte sagen, Kommunikation ist die Basis des Lebens. Auf allen Ebenen, egal von den Mineralien, in der Chemie, in die Biologie, in die Botanik, in die Tierwelt, in die Menschenwelt, vielleicht auch in den gesamten Kosmos eine Erweiterung. Ohne Kommunikation, ohne wechselweisen Austausch von Daten oder meinetwegen von Emotionen oder von irgendetwas Geistigem gibt es kein Leben. Das Leben besteht in dieser Kommunikation. Dahin hat es geführt. Das ist meine Überzeugung jetzt. Wobei ich nicht sagen würde, dass es sich vielleicht in drei Jahren immer noch, aber ich glaube schon. Natürlich. Das ist doch klar. Wie soll denn das funktionieren? Die Amerikaner regen sich darüber auf, nicht wahr, dass Bin Laden angeblich, angeblich, man weiß es nicht so genau, irgendwas in die Luft springt, ein paar Türme. Ja, was machen die denn? Was machen die denn? Die machen ganze Staaten kaputt. Die liefern Waffen rund um die Uhr. Wir, die Russen, alle liefern Waffen. Ja, die schießen sich mit den Waffen tot, die wir ihnen liefern. Ja, was ist denn das für Zustände? Wie soll denn das? Nein, das ist ja Absicht, das ist ja ein Geschäft. Wenn Sie die Waffenproduktion einstellen, dann haben wir ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr, oder wie? Was brauchen wir denn hier ein paar hunderttausend Soldaten? Nein, die müssen weg erfüttern, die produzieren nichts. Das sind reine Schmarotzer. Ja, sie produzieren nichts, sie sind für nichts Nutze, aber sie schaffen 200.000 Arbeitslose oder 300.000 weniger. Das ist der einzige Effekt. Und sie verschleudern Material und Energie. Wofür? Für wen? Gegen wen wollen wir uns verteidigen? Wollen wir vielleicht die Russen aufhalten, wenn es denen wieder gefällt, zu marschieren? Na wie denn? Womit denn? Wo die Leute, diese einzelnen Soldaten, A, kein Interesse daran haben, die sind ja nur, die meisten gehen bloß hin, weil es ihnen Spaß macht und sie wissen, haben wir gutes Leben, nicht? Was sind denn das für Zustände? Das kann man aber nicht von außen ändern, sondern das kann man nur ändern, wenn der Einzelne sich das zu Herzen nimmt, worüber wir gerade gesprochen haben. Anders geht das nicht. Ich kann doch nicht, wenn der Dieter kommt und sagt, gut, er möchte gerne ein Interview machen. Nun kenne ich den Dieter als normalen Menschen, als interessierten Menschen. Ich kenne die Gabriele und so weiter. Wir sind dadurch zusammengekommen. Jetzt wäre es von mir aus gesehen vernünftig, jetzt zu sagen, nee, lieber Dieter, also ein Interview mit euch, das mache ich nicht. Das ist nicht vernünftig. Ich bin ein offenes System und wenn ich den Eindruck habe, ich kann diese Ideen ein bisschen verstärken, weil man muss sagen, wir sind so eine Art Ideenverstärker, dann komme ich euch doch entgegen und ich nehme euch auf und ihr seid hier wie zu Hause, ihr könnt haben und von mir, was ihr wollt. Ich kann euch doch nicht vor der Tür stehen lassen oder ich kann sogar sagen, ich mache ein Interview mit euch und dann bin ich plötzlich nicht da. Das geht doch nicht. Also Emotionen sind was ganz Schönes, aber Emotionen sind wahnsinnig gefährlich. Wahnsinnig gefährlich. Mein Musterbeispiel für Emotionen ist folgendes. Der Mann kommt nach Hause, ist verheiratet und die Frau liegt mit seinem Freund im Bett. Was macht er? Er nimmt die Knarre, er schießt die Frau, er schießt den Mann und zuletzt sich selbst. Warum? Weil er falsche Vorstellungen hat. Wenn er Spaß hat oder wenn die Spaß haben, sollen sie sich zu dritt zusammenlegen. Das ist doch keine Reaktion, keine vernünftige. Oder er soll sich, die andere Version ist der, er kommt, aber er ist nicht so kriminell veranlagt wie der mit dem Ballermann. Er sagt zu seiner Frau, du, darf der dat? Der andere. Und sie sagt, der darf dat. Und er dreht sich um und murmelt vor sich an, dat der dat darf? Das sind so Situationen, wo das ganz deutlich wird, was wir für ein Verhalten an den Tag legen. Wir, die Menschen. Absolut. Meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Hund, mein Auto, alles mein. Alles ist mein. Nichts ist. Wie meine Frau ein paar Monate Krebs, nicht wahr? Und dann ist sie nach drüben gegangen. So. Mit einmal ist alles wertlos. Wertlos. Dann sagt sie, na ja, also wir haben dann eine Garage, da waren jede Menge Mineralien drin, die wir so gesammelt haben, wollten wir immer noch mal durchchecken und mal die guten Sachen raussuchen. Dann habe ich einen großen Kübel kommen lassen, das Ganze, die Garage musste geräumt werden, war eine Mietgarage. Raus den ganzen Kram weg. Dann hat sie von drüben gesagt, na ja, ich habe sie ja auch alle in der Hand gehabt, nicht? Aber das ist Vergangenheit. Das ist auch so etwas. Dieses Hängen an der Vergangenheit, dieses Mitbringen lässt sich ja gar nicht vermeiden, weil wir alle durch die Vergangenheit vorprogrammiert sind. Und wenn etwas Neues auf uns zukommt, dann versuchen wir erst mal, mit diesem bewusst oder unbewusst, mit diesen vorhandenen Erfahrungen, das zu konfrontieren. Und jetzt gibt es entweder Ablehnen oder Akzeptieren oder Gleichgültigkeit, die drei Möglichkeiten. Aber wir reagieren in irgendeiner Weise drauf. Selbst das Zurückweisen ist immer noch eine Reaktion. Es muss ja nicht positiv bewertet werden. Es gibt ja Dinge, die mag ich auch nicht. Und dann sage ich nicht, also wenn Sie mir jetzt einen toten Fisch auf den Teller legen, ich mache eigentlich keinen Fisch. Warum soll ich Fisch essen? Steht nicht irgendwo geschrieben. Aber die Kirche hat gesagt, freitags wird grundsätzlich kein Fleisch gegessen, also wird freitags Fisch gegessen. Na wieso? Wo ist der Grund? Was haben die denn für einen Grund? Was haben die denn unter den Füßen als Fundament? Nichts. Gar nichts. Weder historisch noch irgendetwas. Da sitzen Theologen und je länger sie da forschen, umso weniger bleibt über. Ist nichts mehr drin. Bilder, Vorstellungen, die Jahrzehnte später aufgeschrieben sind von Leuten, die es gut gemeint haben. Und wie gesagt, für mich ist diese sogenannte offizielle Wissenschaft, die ist zwar sanktioniert durch die Technik, die darauf aufgebaut ist, obwohl ein großer Teil der Technik ist gar nicht durch die Wissenschaft aufgebaut. Gewiss, die eine oder die andere Grundlage. Aber nicht alles. Es ist viel, ist einfach aus der Praxis heraus immer weiterentwickelt worden. Ich meine, wenn man das sich überlegt, diese ganze Kommunikation, das hängt mit damit zusammen mit dem. Vielleicht lernen die Menschen tatsächlich im Sinne dieses gut miteinander auskommen, wollen es, die Absicht. Vielleicht lernen die Menschen tatsächlich durch die Milliarden von Verbindungen, die jetzt laufen, das Telefonnetz, das Internet, die ganzen Handygeschichten, die globalen, die Satellitengeschichten. Vielleicht lernen die Menschen doch ein bisschen mehr. Ich meine, wer hat mehr von China gewusst oder viel von China gewusst, außer ein paar Experten. Durch so eine Geschichte wie diese jetzt Olympiade, die Leute, es ist voll von China. Die Leute nehmen etwas wahr, was sie vorher nicht wahrgenommen haben. Und vielleicht denken sie auch darüber nach, einerseits ist es ein blödes System, aber wie soll man denn so ein Land demokratisch regulieren? Das geht einfach nicht. Das muss von oben, auch mit Fehlern, das muss diktiert werden. Wenn es nicht geht, ich meine, die Wüste nimmt immer größere Ausmaße an, jetzt pflanzen die Milliarden Bäume. Ja, wenn der Staat die Leute nicht animiert oder wenn er ihnen nicht ein paar Groschen gibt oder die Pflänzchen gibt, ja, wer soll denn das organisieren? Der Einzelbauer sagt, ja, entweder ich habe noch mein kleines Feld, das halte ich, oder ich ziehe weg. Ich ziehe weg. Das geht so nicht. Das muss diktiert werden. Aber jetzt durch diese ganzen kommunikativen Austausche läuft es darauf hinaus, dass nicht nur der Blick erweitert wird, sondern vielleicht auch menschliche Komponenten auftreten. Aber die Verbindung, ja nun, die treten hier auf, die treten da auf, hier, das gibt es ein Viertel da, das sind schon alles Türken und dann gehe ich zum Türken und meine Pampelmusen kaufen und meine Tomaten kaufen. Ja, warum denn nicht? Der sagt freundlich, guten Tag, der spricht perfekt Deutsch, ist schon 20 Jahre hier. Der sagt fröhlich, guten Tag, dann gibt er mir mal so ein kleines, kleine Dings, so eine Fabrika, gibt er mir mal umsonst, nicht wahr, Spaß so, ohne über die Waage zu laufen. In Ordnung. Also ich denke, da liegt auch was Positives drin, wenn man von Globalisierung spricht. Aber genau das wird bei Globalisierung nicht primär das Ziel sein. Das vordergründige Ziel ist, Geschäfte machen. Ausbeuten. Ausbeuten. Wer betrügt wen? Die Chinesen mit ihren Püppchen, die alle vergiftet sind und mit allem. Das ist immer so und so. Immer so. Ja, 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 aber unter sehr großen Schwierigkeiten natürlich, von deren Sinne aus beziehungsweise von uns aus, weil sie müssen menschliche Sprachen benutzen und augenscheinlich haben sie die menschlichen Sprachen nicht primär zur Verfügung, sondern sie müssen nachgucken in irgendwelchen Speichern oder eben über den Experimentator, dass sie sich dem anpassen. Und sie versuchen dann auch in gewisser Weise diese übergeordnete Position, übergeordnet, sagen wir jetzt mal, Position, die sie einnehmen oder einzunehmen glauben, zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel hat der Romes oder auch sogar schon früher, aber früher hat man gesagt, na gut, ich habe einen Mann wie Jürgenson und der Jürgenson, der spricht zehn verschiedene Sprachen. Also darf man sich nicht wundern, wenn Polyglotte-Sätze zustande kommen. Die hat er entweder so rausdestilliert aus den Gemischen und aus den Geräuschen oder aber sie kommen tatsächlich deswegen zustande, weil die sogenannten Jenseitigen damit zu erkennen geben wollen, es kann sich nicht um normale Radiosendungen handeln, die ja bei den Radio-Hintergründen mit reinkommen könnten. Der Romes hat auf dem Computer eine Durchgabe von einer solchen Gruppe, die wir nicht näher definieren können, die ist in fünf oder sechs verschiedenen Sprachen schriftlich ausgedrückt vom Computer. Und der arme Romes konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil er die Sprachen nicht spricht. Er spricht ein paar Brocken Deutsch natürlich, sowieso, ein paar Brocken italienisch und italienisch und französisch und englisch und dann ist zu Ende, aber wirklich nur brockenweise. Der kriegt also einen Computerausdruck von irgendeinem Kardinal Lont, der meldet sich bei ihm und erklärt dann, dass er also halb in italienisch, halb in deutsch und der Romes sagt am Ende, ich kann damit nichts anfangen, ich breche den Kontakt ab, ich verstehe es nicht. Aber er beginnt mit dem ersten Satz, der erste Satz Platz auf dem Computer. Der Hume stand davor, der rauchte also gerne, hier, das war's für die Gabriele, der rauchte gerne eine, steht vor seinem Computer, da ist die, das war der alte C64, da, ja, und da steht also oben diese Zeile drin, so und so viel Bytes sind free, ne, und Batsch während der Hände.